In dieser traumhaften Pulisse dürfen wir gemeinsam einen ganz besonderen Moment erleben und die Liebe zweier Menschen feiern, die heute ihren Bund fürs Leben schließen. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebes Brautpaar, ein Stück eures gemeinsamen Lebensplanes wird heute Wirklichkeit. Heute, an diesem 6. September 2024, beginnt nun die Geschichte eurer Ehe. Und ich freue mich sehr, als eure Standesbeamtin aussprechen zu dürfen, dass ihr nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018